Liebes MTP-Land, vor genau einem Jahr standen wir jetzt da, wo unsere Nachbäuger gerade stehen, nämlich außerhalb von Bild, und haben uns total darauf gefreut, den Staffelstab übergeben zu bekommen. Jetzt, ein Jahr später, stehen wir hier, dürfen den Staffelstab übergeben und das mit ganz vielen wunderbaren Erfahrungen. Unter euch wären diese ganzen Erfahrungen gar nicht möglich gewesen, deshalb auch ein großes Dankeschön an euch. Es war wirklich sehr schön, euch überhaupt erst mal kennenlernen zu können oder auch wiedersehen zu dürfen bei den Veranstaltungen, den GS-Besuchen oder auch ganz anderen Formaten. Ein großes Dankeschön geht aber auch noch mal an unsere Förderer, ohne die wäre das nämlich alles gar nicht möglich gewesen. Wir haben so viele spannende Menschen kennenlernen dürfen, zwei davon stehen gerade hier und wir dürfen den Staffelstab an sie übergeben. Herzlich willkommen an den neuen nationalen Vorstand, Alex und Johannes. Hallo liebes MTP-Land, ein herzliches Willkommen auch von unserer Seite. Wir, das sind Johannes und Alexander, möchten uns zunächst aber einmal beim alten nationalen Vorstand für die spannende und intensive Übergabezeit in den letzten Monaten bedanken. Genau, Alex. Wir freuen uns darauf, jetzt endlich durchdaten zu können, freuen uns auf viele coole Projekte, freuen uns auf viele spannende und intensive Veranstaltungen, sei es auf regionaler oder auch auf nationaler Ebene und ganz besonders freuen uns auf die Möglichkeit, das kommende Amtsjahr mit euch gemeinsam gestalten zu können. In diesem Sinne, auf eine gute Zusammenarbeit und auf ein spannendes Amtsjahr. Bis bald!